Hey, Mrs. Wade! Marlo, wir möchten mit Ihnen reden. Ist das nicht der Augenblick, wo ich fragen müsste, um was geht's hier überhaupt? Und dann sagt er, halt die Klappe, ich stelle hier die Fragen. Allerdings, Marlo. Reicht das Profil. Setzen Sie sich hin, Marlo. Hinsetzen! Nun sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich bin hier, um zu singen. Swanee, Swanee, How I Love You, How I Love You. Lass mal Al Joel singen. Ich glaube, dass mich bald viele Leute suchen werden, wegen meiner zauberhaften Frau. Dein Freund hat seine Frau umgebracht. Das ist nicht wahr, er hat sie nicht geführt. Das kommt ja nicht, dass er seine Frau umzubringen. Da pfeife ich drauf. Das Hauptverbrechen war, dass er mein Geld geklaut hat. Dein Freund hat mein Geld gestohlen und darauf steht die Todesstrafe. Even as she smiles a quick hello, you let her go. Ihr Gesicht gefällt mir auch. Könnten Sie bitte meinen Mann für mich finden? You let the moment fly. Ich bin ein Mann, der es nicht erträgt, eingesperrt zu sein. Wer sind Sie? Ich bin der Privatdetektiv, der heute Nachmittag hergeschickt wurde, um Sie zu suchen. Wolltest du mich besuchen oder meine Frau? Er hat nichts damit zu tun. Schreib den Scheck aus, Roger. Was für ein Scheck? Schreib den Scheck aus, Roger. You turn your head, you know you said long goodbye. Du bist der geborene Verlierer. Was sagst du dazu, Mabel? Ich werde Ihnen bestimmt zur Hilfe kommen. Ich habe neue Informationen. Sie müssen den Fall Terry Lennox wieder aufnehmen. Hast du jemals an Scheck gedacht? Sich umbringen, finde ich qualifisch. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving, and it's goodbye. I ain't running after you in the rain when you're catching a plane. No more. Goodbye, goodbye, goodbye. I'm through, I'm through this time, and I'm in. I'm through this time, and I'm through this time, and I'm through this time. I ain't running after you in the rain when you're catching a plane. Vielen Dank.